Ja Freunde, heute um 14 Uhr war es wieder soweit. Die nächsten Factsheets für den Landwirtschaftssimulator 2019 wurden veröffentlicht, wie immer pünktlich am Freitag. Und wir fangen an mit unserem ersten Factsheet mit dem JCB FastTrack 4220. Es handelt sich hierbei um einen Traktor, ganz klar natürlich um 196.000 Euro. Können wir den erwerben? Wir haben hier eine BS-Klasse von 235 BS mit einem Kraftstoff dank Inhalt von 390 Litern. Höchstgeschwindigkeit bei diesem JCB liegt bei 62 kmh und als kleine Besonderheit haben wir einmal die Allradlenkung und einmal eben nur die Vorderradlenkung. Das ist die Besonderheit bei diesem JCB, also mit Allradlenkung oder Vorderradlenkung. Wir können noch konfigurieren die Reifenmarke, generell die Reifenart, dann haben wir noch die Möglichkeit natürlich einen Frontlader zu montieren. Bei den Reifen haben wir einmal der Standardrad, dann haben wir Breitreifen, dann haben wir Zwillingsbereifung, einmal die Pflegebereifung und sogar noch einmal mit dabei die Kommunalbereifung. Sehr sehr oft jetzt oder fast bei jedem Traktor, den jetzt beim Factsheet vorgestellt wurde, ist die Kommunalbereifung dabei. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Hinten angehängt haben wir den Suitmaker Siva 720. Es ist ein Häckselwagen um 55.000 Euro. Wir haben hier bei der Kapazität 45.000 bis 48.500 Liter. Also wir können auch bei der Konfigurationsmöglichkeit die Kapazität ändern. Das ist der erste Wagen, wo wir das in der Konfiguration ändern können. Also es ist immer so gewesen, dass man im Standard im LS17 beispielsweise verschiedene Wagen hat mit einer fixen Kapazität. Und hier kann man es endlich ändern. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Und wir können ebenfalls noch die Reifenmarke ändern. Wir können laden natürlich Häcksel gut, ganz klar. Wir können Zuckerrohr laden. Wir können dann noch Hackschnitzel laden. Wir können dann Gras, Heu und Stroh und natürlich dann die Silage auch noch laden. Ja, bei den Symbolen, es wird schön langsam, also man gewöhnt sich schön langsam an die Symbole. Es ist immer noch sehr, sehr schwierig. Mir persönlich geht es halt so, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Symbole so oder wie ihr mit den neuen Symbolen so zurechtkommt. Also für mich persönlich ist das immer noch sehr, sehr schwierig. Aber wir schauen weiter. Factsheet Nummero zwei diese Woche haben wir von der Firma New Holland den W190D. Es handelt sich hier um einen Radlader um 175.000 Euro mit einer BS-Kategorie oder BS-Klasse von 400, sage ich, von 234 BS natürlich. Und wir haben einen Kraftstofftankinhalt von 288 Litern. Höchstgeschwindigkeit bei diesem Radlader liegt bei 40 kmh. Also wir können auch einigermaßen schnell von A nach B und wir können bei der Konfiguration natürlich noch einmal die Reifenmarke und das Reifensetup generell oder praktisch die Reifenart generell noch einmal verändern. Bei den Rädern haben wir dann die Möglichkeit zwischen einem Standardrad, dann haben wir einmal mit Zwillingsbereifung und dann haben wir noch einmal Pflegezwillingsbereifung. Das sind eben die normalen Reifen und dann noch einmal ein Zwillingsreifen außen dran. Das kannte man glaube ich aus dem LS17 schon. Da war auch beim Radlader außen dann nicht ein breiter Zwillingsreifen, sondern nur ein schmaler Zwillingsreifen. Mit dabei ist noch von der Firma Maxi eine Schaufel für den Radlader mit dabei, die man auch aus dem LS17 schon kennt. Um 3600 Liter mit einem Fassungsvermögen von 3000 Litern. Also und bei den Fruchtarten oder generell bei den Lademöglichkeiten hat man hier wirklich alles, was im LS19 verfügbar sein wird, soweit ich das jetzt sehen kann. Also von Dünger über Kalk, generell alle Fruchtsorten, natürlich Gras, Stroh, Heu. Also hier ist wirklich alles möglich dann zu laden. Auf jeden Fall auch wieder schön, dass diese Marke mit dabei ist. Wir schauen weiter, Factsheet Nummer 3 diese Woche, John Deere, die 6M Serie. Es handelt sich hier um einen Traktor, natürlich um 119.500 Euro. Wir haben PS Kategorie 121 bis 164 PS und ein Kraftstofftankinhalt von 265 Litern. Höchstgeschwindigkeit bei diesem Schlepper liegt bei 40 kmh. Ganz klar in so einer PS Kategorie, natürlich in so einer Größe hat man natürlich 40 kmh und dann geht es natürlich hoch auf 50, 60 kmh. Wir haben auf jeden Fall hier einen wunderbaren Kompakt- und Mittelklasse Schlepper, den man wirklich am Hof und auch teilweise im Feld wirklich, wirklich gut einsetzen kann mit so einer PS Kategorie. Also freue ich mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Wir haben einmal bei den Konfigurationsmöglichkeiten ein Frontgewicht, dann haben wir noch einmal die Reifenmarke natürlich und generell das Reifensetup, dann haben wir noch einmal das BS, das Motorsetup besser gesagt und dann können wir einen Frontlader noch anbauen. Bei den Rädern haben wir einmal ein Standardrad, dann haben wir mit Breitreifen, dann haben wir eine Pflegebereifung mit dabei, dann haben wir eben nur Zwillingsbereifung hinten, dann haben wir generell die Zwillingsbereifung, dann haben wir eben Radgewichte und dann haben wir noch Breitreifen und Radgewichte. Also wirklich sehr, sehr viele Radkonfigurationsmöglichkeiten auf jeden Fall, wie generell im LS19 wieder sein wird bei den Schleppern, dass man sehr, sehr viele verschiedene Räder drauf machen kann. Macht das Ganze natürlich sehr, sehr realistisch, also wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Passend dazu ebenfalls von der Firma John Deere haben wir den 643 R, das ist ein Frontlader, den wir auch hier am Bild dann sehen, um 5400 Euro, ja da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, wir können ihn auch nicht konfigurieren, der ist einfach so, wie er ist, das ist der John Deere Frontlader eben passend zu den John Deere Traktoren. Ebenso ist noch mit dabei von der Firma Waze, die habe ich noch gar nicht gehört, also die ist auch neu auf jeden Fall im LS19, neuer Lizenzpartner, haben wir den Ballenspieß dabei, dieser gelbe Ballenspieß sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick auch einmal ganz ordentlich aus, kann man einfach noch nicht mehr dazu sagen, natürlich, als auf den ersten Blick sieht man es, ja er nimmt den Ballen auf jeden Fall auf und transportiert ihn nach oben. Wenn wir ganz kurz ein bisschen bei diesem Bild, ist es sehr interessant, in den Hintergrund ein bisschen schauen, steht hinter dem John Deere diese blau-gelbe Maschine, das ist wahrscheinlich, schätze ich einmal, ein Ballenauflöser, also den können wir wahrscheinlich für die Strohballen zum Einstreuen nehmen, in ein Einstreugerät, würde ich einmal sagen, von der Farbe her, vielleicht von der Firma Göweil, ich weiß es leider nicht, vielleicht wird es in einem nächsten Factsheet vorgestellt oder wir sehen es spätestens natürlich dann am 20. November. Noch einmal im Hintergrund sieht man dann auch Silageballen, die schwarz gewickelt werden, also Silageballen auf jeden Fall hier auch schon am Start. Wir schauen weiter, viertes und letztes Factsheet diese Woche von der Firma Strautmann, den VM-1702 Double SF Fast Cut, also wirklich ein Hammerhammer-Name auf jeden Fall schon einmal. Es handelt sich hier um einen Futter-Mischwagen, eben um einen Selbstfahrfutter-Mischwagen, das ist das Besondere, um 158.000 Euro mit einer PS-Klasse von 175 PS. Wir haben dann Kraftstofftankinhaltvolumen von 400 Litern, also der tankt ordentlich was rein, da geht ordentlich was rein und eine Höchstgeschwindigkeit von 40 kmh, also auch auf der Straße ist man hier relativ flott unterwegs. Wir haben dann noch eine Kapazität von 17.000 Liter für das Mischfutter natürlich und können natürlich das alles laden, was für das Mischfutter benötigt wird. Wir benötigen dazu natürlich Heu, wir benötigen Stroh und wir benötigen Silage. Ganz klar, wir können dann natürlich auch Mischfutter laden oder besser gesagt, es wird dann Mischfutter daraus oder eben das zweite Symbol, glaube ich, ist, dass eben dieses vermischte Mischfutter, das kein richtiges Mischfutter geworden ist, das eben entweder zu viele Gras oder zu viele Stroh oder zu viele Silageanteile hat. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Factsheets diese Woche wieder gewesen. Auch hier im Bild im Hintergrund sieht man eine wunderschöne Landschaft mit sehr, sehr schönen Gebäuden. Ganz hinten das wunderschöne Gebäude, das ist mir sofort ins Auge gefallen. Das sieht von der Ferne wirklich sehr, sehr genial aus. Also ich freue mich auf jeden Fall, den LS19 dann wirklich einmal anzuspielen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das Video auch bewerten würdest. Lass das ein oder andere nette Kommentar hier, wie dir das Ganze gefallen hat, was du vielleicht sagst, nein, das hat mir nicht so gut gefallen bei den Factsheets oder irgendetwas Besonderes, was vielleicht du noch gesehen hast bei den Factsheets und ich vergessen habe zu erwähnen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und hoffentlich bis demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.